Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rocket League. Jo. Jojo. Und Teil von mir. Schau, ob ich Jojojo gesagt habe. Jojojo. Nach den nicht so tollen Parts. Okay, einer war toll. Der anders, es wird alles anders dieses Mal, Part. Und dieses Mal wird alles anders. Ja, wir wollen mal aufsteigen, bitte. Weißt du, das Geile ist, wenn wir das jedes Mal sagen, irgendwann stimmt's. Ja, stimmt. Wir könnten diesen Part aufsteigen, das stimmt. Wäre möglich, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gewinnen wir wieder eins und verlieren dann wieder eins. Ja, wir haben dann einen Punkt gewonnen. Genau. So, Montpellier. Zeig mal, was in dir steckt. Ja, hab ich gesagt. Mehr liegt in mir. In dir liegt es nicht mehr. Genau. Das hört sich. Guck da. Konzentrieren, bitte. Eck da. Tadam. Wir gehen rein. Ja, hab ich gut gemacht, ne? Nein, hab ich doch nicht. Doch, hab ich gut gemacht. Hab ich doch nicht. Oh, Gott. Weißt du das, Kevin? Ich hab, wenn... Bist du vor den Ball geflogen und hast ihn abgewehrt? Da war auch ein Gegner, der reingeflogen ist. Mach doch nichts. Das warst du, hab ich gesehen. Ja, ja. Du standest vor mir auf einmal. Ja, danach stand ich vor dir. Junge. Junge. Konzentrieren. Ich wurde kaputt gemacht, noch. Oh, er hat dir getein. Nur wieder einfach weg, denn du lobelst. Wir konzentrieren, wenn es jetzt wird, ok? Alles wird gut. Ja, langsam nervt dich das. Alles wird gut, hab ich noch nie gesagt. Echt? Alles bedanke, das stimmt. Ich kriege das sofort aufgedrechnen, das ist wieder geil. Hältst du ihn? Gut. Ich hab ja verstanden, willst du ihn? Nein, hab ich nicht gesagt. Ja, genau wie ich damals verstanden hab, vom Bülz-Gümministen. Obwohl du irgendwas im Urlaub gesagt hast. Ich weiß es nicht, Mann. Ach, Mann. Ich werde alle drei ins Leere vorspringen. Nein, das war es ja nicht mehr leer. Kommt schon. Ja, was soll ich da machen? Ich stehe mir den Rücken zum Ball. Wir stehen im Tor. Wir kommen irgendwie diesen Let's Play niemals auf Bronze 1. Nein. Aber das Schlimme ist, wir verlieren immer gegen Gegner, die eigentlich gar nicht gut sind. Sondern wir machen einfach immer nur dämliche Fehler. Wir passen den Gegner an. Meiner. Aber jetzt bitte mehr Teamarbeit spielen. Habt ihr gemacht. Aber noch keiner darf, oder? Hier. Hier, hier. Okay. Yay. Ich kann mich gar nicht so über dieses Tor freuen. Ich auch nicht. Warum? Ich weiß nicht, weil ich weiß, dass wir wahrscheinlich trotzdem ein Spiel verlieren. Konzentrieren und schaffen wir das. War du, Stefan. Ich habe den Gegner verwirrt, indem ich am Ball vorbeigesprungen bin. Das hast du schon mal geschafft. Oh, da rammt er nicht weg, die Sau. Das ist doch der eine von uns, die zwei komplett weggeballert. Ich weiß nicht. Was? Was? Ist das jetzt ein Teamspiel oder alle gegen mich? Alle gegen mich. So, den mach ich rein, oder? Der winkle ich nicht. Wenn du sagst, mach ihn rein, dann mach ihn bitte rein. Ansonsten. Ansonsten sag besser nichts. Ja, das kann man aber auch sehen. Ich muss nicht alles nur mein Gesacktes fortlegen. Fuck. Wir lassen sie unseren schmerzspülenden Gewinnlauch. Was? Ach, das war dein Respekt, Alter. Ja. Wie das aussah. Ich mach ihn rein. Nö. Doch. Oben rechts in den Winkel. Hauptsache, drin. Keine Banane. Der, äh, Kevin fährt. Nein, du fährst und musst auch den Turbo mitnehmen. Ich bin extra dran vorbeigefahren, weil ich dachte, sonst kreuze ich nachher deinen Weg. Wir dürfen nicht diese, wie heißt es bei Ghostbusters? Oh. Die, 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 die dürfte ich nicht streuen. Oh Mann. Bring ihn nach vorne. Nach vorne. Ups. Jetzt hast ihn abgeblockt. Einfach in die Mitte vom Gegner. Ja, aber da ist noch ein Gegner im Tor, der den weggehauen hat. Gibt's für echt nicht, das reicht gar nicht. Ich will nicht mehr verlieren. Ich will noch keinen Loop. Nein! Ich bin kein Captain. Gute. So. Zeht ihr mal eine Veränderung, Leute. So, Ball in der Mitte. Was hast du denn für eine Veränderung? Äh, Intelligenz plus 5? Nein. Haltet den auf. Oh. Der hat den Ball vorher noch verhüllt. Ich hab den berührt. Aber mit vereinten Kräften haben wir's doch geschafft. Das ist alles gut Ja! Er geht rein Aufhören! Jawoll! Hätten wir hier ein Tor verlieren Vorlage von mir Ich hab am Anfang schon gesagt, wir verlieren, wir verlieren, wir verlieren Ja, hab ich ja mit Absicht gesagt Ich glaube auch immer noch, dass wir es verlieren Ja, mindestens eine Minute noch Eben Rein, rein! Doch nicht, aber schnell ist Ja! Stefan? Stefan? Gut Ich hab euch immer überhören Oh Dennis, lass den doch! Hier, er geht rein Ja, Gott sei Dank Werden so lustig wie wir sind, vom Bein geschlossen hat ich noch Ja Ich hab mich da gerade volle Kanne angefangen, da hast du mir den vor der Nase leckig Ich war doch am tricksen Aber da du den gemacht hast, war das kein Problem Ja, lass mich doch mal tricksen Sonst wär ich sauer auf dich gewesen Ich war Ich war Ich auch Sag dir doch, ich hab mich verändert, plus fünf Intelligenzen Ich hab mich jetzt nicht Okay, kriegt mich doch noch mehr Okay, kriegt mich doch noch mehr Okay Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Aber das ist egal, die können von mir aus auch noch nen Tor machen Ich war nur durch, für 8,91 Im nächstes Spiel wieder 18 und wir haben 99 Ja Tennis voll überblieben Warum? 78 Punkte 2 Tore, 2 Vorlagen, 6 Schüsse Das hat mich angequatscht, dass wir immer nur verlieren sollten Das Spiel so weiter Immer im Gedanken, wir haben lange verloren Wahrscheinlich kassieren wir jetzt wieder 2 Tore oder so Fahre Stehen Keine Mitte Heute auch gut, als wir ähm Am Dennis war Hat irgendwie den Chat geöffnet und auf einmal ist der losgefahren Alle anderen standen noch Gut, keiner konnte mehr fahren Hier, der gehört in die Mitte Äh Äh? Ach, das ist ein Gegner, ja wir sind ja blau Ich dachte so, warum verhindert ihr das Tor? Alter, das ist ein Mist Warum fahren alle am Ball vorbei? Ich weiß nicht Ich steh die ganze Zeit im Tor und denk mir so, oh nein, gleich kommt der Ball auf Nein, 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 nein Was machst du da? Ich hab ihn in die andere Richtung kicken wollen Ja, Dennis Ja, im Tor Ja, aber guck mal, ich hab den doch gar nicht da berührt Nein, nur nicht Du hast ihn voll ins Tor gemacht, sonst hätte ich ihn locker da weggefahren Entschuldigung Dafür mach ich jetzt ein Tor Beschwer dich nicht Kevin Oh, das wird gemeinsam Die sind nicht gut Schieb im Ball drauf, im Ball drauf Oh, oh Ui Weg damit hin Ach Gottchen Kriegst du den? Nein Ach schön, dass du auch mal wieder redest Ja Vorsicht Hab ich Auf So, Ball in der Mitte So, den Hast du ein bisschen Scheiße erwischt? Ja Oh, den hab ich gar nicht erwischt Du meinst du auch ein bisschen Ja, aber ich dachte Kevin kriegt den Ja, der Ball geht doch Nein, ohne Scheiße Geiße Wäre ein schönes Tor, der Baby Wäre ein schönes Tor, der Baby Gott, das kann doch nicht sein Doch, das kann doch nicht sein Doch, das kann doch nicht sein Was ist da raus? Mann, das sagt mal einer Ja, so Ballerspiele machen ja aggressiv Echt Mann Ich hab den Gegner weggehalten In die Mitte Ach In die Mitte hab ich gesagt Ja, der kommt in die Mitte Ja, hättest du nur früher da sein sollen Ja, beruhig Ja, beruhig Ja, weißt du, wenn du in die Mitte willst Und du in die Mitte kriegst Und dann nix draus machst Ich mach du was draus Bitte Ah, dann ist Ja Nein, ab zurück, ab zurück Die haben noch kein Tor gemacht Außer wegen mir Können wir es schaffen Nein Stefan Ja Entschuldigung Was soll ich machen? Dringend Dann fielst du weit vorne Nee, dann ist das halt Wenn er Seitdem vorbeifährt Ich hab doch gesagt, das nächste Verlieren wir wieder Aha, dann müssen wir bei 3.8 springen Tut mir leid Und wer hat es eingeläutet? Der Nils Ich werde euch nicht nur barrieren Doch Du bist der Schuldiger jetzt Für dieses Spiel Kotzechter Mensch Wir können das Spiel noch drehen Haben wir gerade eben auch geschafft Naja, so wie wir im Moment spielen So, jetzt aber Mal mehr absprechen Kommt in die Mitte Der kommt Hopp Der kommt gut Der kommt gut Der kommt Ach, kommt mit Wendeln Was soll ich denn machen? Gehen rein Ja, echt noch? Bei uns schaffst du es ein Tor reinzumachen Aber die geht ja nicht Ja, wo ist es? Ja, wo ist es? Ich hab letzten Part genug Tore gemacht Äh, letzten Spiel genug Tore genug Tore Ich hätte lieber aussparen sollen, ne? Ja Eins davon könnten wir jetzt gut gebrauchen Oh Oh Mach doch selber mal Tore In diesem Part Würde ich mich auch mal freuen Du hast auch noch weiter gemacht Außer in unser Tor Bye Hier Also wenn du den jetzt nicht macht dann Ja, geht doch Wir haben noch eine, genau eine Minutes Zeit Was war das denn? Du nutzt die Minute, wenn es gut geht Ich glaub das war sein Stuhl Ja, das war mein Stuhl Mein Stuhl macht immer lauter Gereich Stimmt, hier sind wir auf Stühlen Nee, weißt du? Ich hab's schön bequem Nö, meins Gut, Konzentration Hab ich gesehen deine Konzentration, Dennis Ich dachte der fährt runter und ich fahr drüber So dass wir ihn auf jeden Fall erwischen So, Ball ist so aus frei eigentlich Ja, aber ich krieg den Ball nicht, weil ich kein Torbuch hab Dennis Nein Oh Den könnt ihr machen Komm schon, komm, nein Oh Dennis Was ist denn? Sorry Oh Was machen? Ich hab mein Torbuch Ja Jawoll Wenn es mal in die Verleckerung gehen wird Du schaust jetzt SS3 die Dunst Ich war jetzt crazy Das war doch ein schönes Tor Aber noch elf Sekunden Ich fahr aber Ich fahr nicht Höhen sind froh und Nein Nein Keine Sorgen ist da nichts passiert Wir sind beide Ball vorbeigesprungen Ja, ja, ja Erlängerung Ich fahr Jetzt machen die wieder das Tor reinbetten noch? Nö, wenn wir richtig spielen mit Hass in unserem Herzen Wie Sif Krieger hat er anspricht Sif, Krieger, ey So, Ball in der Mitte Nein! Was machst du da? Warum warst du da nicht da? Ja, ich kann ja seitwärts Weil ich hinten am Tor stand So Ich hab leider kein Torbuch Ich hab auch kein Torbuch Ich hab auch kein Torbuch, dass ich beintet Nein! 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 Ich hab noch ein Torbogen Es gibt's nicht Doch ich doch Wir müssten immer einen Hinten wirklich hinten drin stehen haben Verlängerung Ja, ich stand hinten drin Und dann kam der Spieler Von hinten und hat mich immer weiter nach vorne geschubst Ich kann vielleicht so stehen am besten Oder fährst du weg Na? Dann fährst du einfach weg von dem Wir haben 1 Punkt gewinnen gemacht Ja, ich bin nicht ja Aber da stand ich halt nicht mehr hinten So Leute, ein Punkt Gewinn in diesem Part, ein Punkt Gewinn und ich würde mich freuen, wenn er beim nächsten Mal wieder dabei wird, ciao.